Sie heben den Koran, lass mal den Koran zwischen uns sein. So, was haben sie damit verursacht? Die Anhänger von Imam Ali, a.s.w. wurden fasziniert, Koran. Das Recht gehört Allah, oder das Scheiden gehört Allah. Das heißt, Allah ist der Schiedsrichter, ist richtig. Das heißt, die Leute haben recht. Wie kommt Imam Ali, der sagt, warum willst du das nicht mitmachen? Sie wollen, dass der Koran zwischen uns kommt. Er sagt, ihr kennt diesen Menschen nicht, a.s.w. Er sagt, was hat Muawiyah mit dem Koran zu tun? Was hat Amr ibn al-Az mit dem Koran zu tun? Dieser Koran ist nur schwarz auf weiß. Das ist der stumme Koran, und ich bin der sprechende Koran. Ich kann euch erzählen, was da drin ist. Sie benutzen ein gutes Wort, aber einen schlechten Zweck. Sag, und warum machst du dich mit? Wir gehen da, und wir gucken, sie wollen doch Frieden. Und du willst Krieg. Hier ist Unruhe bei Imam Ali, a.s.w. Wo, in Irak, Imam Ali, a.s.w. hat sich schon vorher hier beschwert bei diesen Menschen, dass ihr, wenn ich euch sage, im Winter seid ihr kalt kämpfen. Und wenn ich euch im Sommer sage, dann seid ihr warm. Ihr seid wie Männer, aber ihr seid keine Männer. So hat er sie immer angesprochen, dass sie ihn immer an sich gelassen haben. Und dort, wo er sie gebraucht hat, er sagt, das sind nur ein paar Stunden, dann bin ich bei Ma'awya. Glaub nicht an sowas. Das ist ein schönes Wort mit einem schlechten Zweck. Nein. Jetzt kommst du runter, und wir lassen sie mit ihrem Koran kommen, und wir lassen das durch den Koran lösen. Wenn du nicht machst, dann sind wir gegen dich. Sie haben ihre Schwerter rausgehoben, gegen Imam Ali, a.s.w. Wenn du nicht machst, dann sind wir gegen dich. Und sie haben ihn als Kafir, nachher natürlich, als Kafir bezeichnet. Imam Ali, a.s.w. nach langes Überlegen, Amalik al-Ashtar hat versucht, mit diesen Menschen zu reden, Hassan, a.s.w. hat versucht, Ammar ibn Yasser hat versucht, und die Leute haben immer versucht, mit diesen Menschen zu reden, und keiner wollte zuhören. Ich sage, diese Menschen haben mit dem Koran nichts zu tun. Nein. Diese Idee vom Koran war von Amal ibn al-As. So, guck mal, was für ein Fuchs war er. Dann Imam Ali musste das machen. Ja, gut. Kommen wir zu einer Verhandlung. Imam Ali, a.s.w. hat Malik al-Ashtar vorgeschlagen. Die sagen, nein, wir wollen selber aussuchen, wer dahin geht und wer das macht. Natürlich, durch seine Agenten, konnte Imawiyah und Amr ibn al-As, da zwischen der Armee von Imam Ali, a.s.w. solche Gerüchte hier schmuggeln, dass sie irgendwie auf eine Person tippen, was Amr ibn al-As gewählt hat. Der Handlungsperson von der Seite von Imam Ali, a.s.w. wurde vorgeschlagen, Abu Musa al-Ashtari. Imam Ali, a.s.w. sagt, Abu Musa al-Ashtari ist schwach. Und der kann man ihm nicht vertrauen. Das heißt, er kann schnell aufgeben. Nein, wir haben uns entschieden für Abu Musa al-Ashtari. Abu Musa al-Ashtari muss dahin gehen und er muss die Verhandlung führen. Jetzt kommt diese Entscheidung, dieses Spiel von Amr ibn al-As zur Welt. Da trafen sie sich in der Moschee. Bevor sie hier diese Erklärung abgeben wollten, trafen sie sich erstmal separat. Kommt Amr ibn al-As zu Abu Musa al-Ashtari. Abu Musa al-Ashtari von der Seite von Imam Ali, a.s.w. und Amr ibn al-As von der Seite von Muawiyah. Und die wollen eine Verhandlung treffen, eine Vereinbarung treffen. So, wie kommen wir jetzt zurecht? So, lassen wir den Koran und so weiter und so fort entscheiden. So, dann kommt Amr ibn al-As, macht einen Vorschlag bei Abu Musa al-Ashtari. Sagt, weißt du was? Wieder Muawiyah, wieder Muawiyah, noch Ali hat das Recht, uns zu regieren. Das kostet unser Blut. Gut, und die beiden sind hier geschützt. Lass uns einigen. Wir lehnen beide ab. Wir lehnen beide ab und wir wählen einer von uns. Er sagt, gut, machen wir das. Malik al-Ashtari sagt zu Abu Musa al-Ashtari, er sagt, mach nicht sowas. Der spielt mit dir. Lass mich. Ich mache was, was ich für richtig halte. Ich muss für euch reden, nicht ihr für mich. Dann lass ihn vor dir hochgehen und erklären. Nein, Amr ibn al-As, der ist älter, sagt er. Abu Musa al-Ashtari ist älter und Respekt. Der muss vorgehen und er muss erklären. Geht Abu Musa al-Ashtari, nach oben erklärt, Oh, ihr Menschen, Oh, ihr geglaubt haben. Und er lobt Allah subhanahu wa ta'ala. Er segnet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und er sagt, Ich habe gesehen, Ich habe mich mit ihm geeinigt, dass wir, dass ich alle von meinen, von meinen Beihach, von meinen Eideschwur zurück, also ich mich zurückziehe, davon, entbinde, davon, dass ich nicht mehr für ihn stimme, wie ich meinen Ring von diesen rausziehe, von meinen Daumen, von meinen Finger. Fertig, kommt runter. Geht Amr ibn al-Ashtari. Er sagt, Oh, ihr Gläubigen, Oh, ihr, die gelobt haben, nachdem er Allah gelobt hat, habt ihr gesehen, der Mann hat jetzt seinen Imam aus dem Finger rausgenommen und ich nehme auch seinen Imam von meinem Finger raus und tue ich da rein wie Muawiyah. Das heißt, ich nehme, ich ziehe, ich lehne Ali ab und akzeptiere Muawiyah. Da war diese, diese, diese Unruhe zwischen die, die Muslimen, die waren enttäuscht. Abu Musa al-Ashtari hat versagt und sie kamen zurück und Imam Ali al-Ashtari hat vorher gewarnt, lasst Abu Musa al-Ashtari nicht reden. Abu Musa al-Ashtari ist schwach, Abu Musa al-Ashtari ist naiv, Abu Musa al-Ashtari aber sie haben nicht geglaubt. Jetzt kommen die Chawarish, die ihn dazu gebracht haben, das zu akzeptieren, was Amrut no'as angeboten hat. Ich sage, warum hast du mitgemacht? Zu Imam Ali al-Ashtari sagt, ihr habt mich dazu gezwungen? Nein, du hättest nicht auf uns hören müssen. Selbst wenn wir euch dich dazu zwingen, hättest du als Imam das erkennen können, dass das falsch ist und hättest du nicht mitmachen müssen. Und deswegen bist du von uns auch Kaffee. Dann entsteht diese Chawarish und die haben Krieg erklärt gegen Imam Ali al-Ashtari. Das heißt, dieser Gift von den Umayyaden, dieser Gift von Umayyaden, was wir heutzutage sehen, mit diesem Berta, was da immer im Internet verbreitet wird, jeder hat einen Namen, sich geschnappt, einer Abu Fulan, einer Abu Fulan. Und Abu Muawiyah. Und Abu Muawiyah, Abu Yazid, habe ich letztens gelesen, Abu Yazid. Das heißt, diese Hörner des Teufels, die wachsen immer wieder und sie sind wie Unkraut. Das heißt, die haben das geplant damals, Imam Ali al-Ashtari zu bekämpfen, das Symbol des Rechtes. Imam Ali al-Ashtari Muhammad sallallahu al-sallam sagt, das heißt, ich bin Frieden für diejenigen, die mit dir Frieden stiften. und ich bin Krieg gegen denjenigen, die gegen dir einen Krieg erklären. Das heißt, wenn du jetzt gegen Ali al-Ashtari kämpfst, bist du gegen Muhammad sallallahu al-sallam. Und heute, diejenigen, die im Internet sich verbreiten und sich Abu Yazid und Abu Muawiyah nennen, sie erklären einen Krieg gegen Muhammad sallallahu al-sallam. Nicht gegen Ali al-Ashtari, nicht gegen Schiiten. Nicht gegen Schiiten. Diese Gerüchte, was sie verbreiten, Schiiten hassen, die Sahaba, stimmt gar nichts. Das ist eine Lüge. Die Schiiten hassen nicht die Sahaba. Die Schiiten hassen Sahaba. Aber nicht die Sahaba. Die Schiiten hassen, die sich Sahaba nennen, wobei sie gar keine Sahaba waren. Die sagen nur das, damit sie die anderen davon ablenken oder das alles verschleiern, was Wahrheit ist. Nämlich, diese Sahaba war gut und diese Sahaba verschleckt. Diese Sahaba war gut. Die sagen, Hamra ibn al-Ashtari, das reicht. Der war Sahaba. Muawiyah war Sahaba. Der war Sahaba. Der hat gekämpft gegen Imam Ali a.s. Und er kannte gar keine Grenzen. Allein, dass er Hajjr ibn Adi al-Kindi umgebracht hat. Hajjr ibn Adi al-Kindi, der war ein Liebling von Imam Ali a.s. Er hat sich selbst und seine Familie für Imam Ali a.s. geopfert. Ammar auch. Und Ammar. Und dann steht er vor Muawiyah. Nur, dass er Ali a.s. ablehnt und beschimpft. Macht er ein Angebot, Muawiyah. Sagt, du hast eine Wahl. Du willst du lieben, du hast nur zwei Worte. Lest, machst du, verdammst du Ali, schimpfst du gegen Ali und bist du gerettet. Und wenn nicht, ich bring dich um und deine Kinder. Seine zwei kleine Kinder sind vor ihm, stehen sie vor ihm. Vor Muawiyah. Mit Ahmed Hajjr. Hajjr sagt, ich mache das erst, aber wenn du meine zwei beiden Kinder umbringst. Das kann ich gerne. Schächtet er die beiden Kinder vor ihm. Sagt Hajjr zu Muawiyah. Er sagt, weißt du, warum ich dir das gesagt habe? Er sagt, Er sagt, weil du, wenn du mich vorher geschächtet hättest, wären die Herzen von den beiden Kinder schwach geworden, hätten sie Amir und Mu'minin beschimpft. Hätten sie Imam Ali a.s. beschimpft. Damit sie nicht Imam Ali a.s. beschimpfen, habe ich das gewollt, dass du sie umbringst vorher. Und jetzt kannst du mich umbringen. Ich werde dir nie schimpfen gegen Imam Ali a.s. Wie wollen sie diese Liebe von Imam Ali a.s. von unserem Herzen, wenn wir Nachkommenschaften von diesem Mann wären oder sind, entwurzen? Wie sollen sie das machen? Mit Berta? Mit solchen hier Rieden im Internet? Mit solchen Angriffen und solchen Titeln Namen hier Abu Jajid und Abu Mu'awiyah Wenn Mu'awiyah selber hat das nicht geschafft, wenn Jajid selber hat das nicht geschafft, wie Seinab a.s. sagt, Sie denken, dass Jajid Hussein umgebracht hat, nein, Hussein hat Jajid umgebracht. Und wirklich, Jajid ist tot jetzt. Jajid ist tot. Wer lebt? Hussein a.s. wie vorhin schon gesagt wurde, der wurde gefragt, sein Vater fragte diesen einer, der sich jetzt hier zeigt, als Gegner von den Schiiten, er sagt, wir wollen nicht von den ersten und zweiten und dritten Kalifa reden. Wer kam nach dem dritten Kalifa? sagt Imam Ali. Wer kam nach Imam Ali ? Er sagt gut, Jajid hat Krieg geführt gegen Hussein. Wem liebst du, Jajid oder Hussein?